Schach der Schufa. Jeder gerät hin und wieder in finanzielle Probleme. Stecken Sie gerade auch in dieser Tinte? Dann kennen Sie das ja. Sie stöhnen unter wirtschaftlichen Verpflichtungen, die Ihnen vorher nichts ausgemacht haben, die Sie aber plötzlich nicht mehr bedienen können. Irgendwie haben Sie diesen Schlamassel kommen sehen. Stimmt's? Schließlich musste Ihr angespannte finanzielle Situation ja irgendwann mal solche negative Konsequenzen zeigen. Aber ein Unglück kommt selten allein. Jetzt fangen auch noch Ihre Geldgeber an zu spielen. Zu dieser aktuellen gebundenen Buchausgabe gehören als Beilage auf einer kostenlosen CD-ROM anpassbarer Schriftverkehr und weiterführende Informationen bezogen auf den Inhalt dieser Publikation. Beim günstigeren Download sind in Pakete sämtliche Unterlagen von der CD-ROM ebenfalls kostenlos enthalten. Nutzen Sie das kostenlose Informationsmaterial auf dieser Webseite. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie entspannt.